Hey du, ja du, magst du vielleicht Spiele wie Heroes of Might and Magic, King's Bounty, Disciples, also rundenbasierte Fantasy-Strategie-Spiele? Dann hab ich was für dich. Songs of Conquest. Ein wahrgewordener Pixeltraum. Aus Skandinavien. Schau selbst. Mit einem wahnsinnig schönen Soundtrack, wie ihr hört. Ich finde, seit Heroes of Might and Magic 3, vom Look and Feel, vom Gesamtdesign, das erste Spiel, was in dieser Sparte von rundenbasierten Fantasy-Strategie-Spielen mithalten kann. Hier stimmt wirklich alles. Der Look, die Musik, das Interface. Musik Nun ja, ob das Gameplay wird überzeugen können, das könnt ihr selbst ausführen am 10. Mai, geht es in den Early Access. Ich hatte schon Gelegenheit, es anspielen zu können in der Closed Beta und ich finde, abgesehen vom Gameplay, ich habe die Kampagne auch noch nicht weit gespielt, strömt das Spiel einfach aus jedem Pixel die Hingabe aus, die Entwickler da rein investiert haben seit Jahren. Es gibt auch ein interessantes Making-of-Video, wie gesagt, vom ersten Prototypen. Wir haben übrigens angefangen als Brettspiel, dann als simplen Prototypen und die Evolution der Entwicklung, besonders was die Grafik angeht, kann man in diesem Video sehen. Die Links stehen in der Videobeschreibung. Aber ich möchte jetzt vor allen Dingen dieses Video nutzen, um einfach mal den Look und den Sound, den Soundtrack wirken zu lassen. Und wer sich nicht nach zehn Sekunden in den Look und die Musik verliebt hat, ich finde dieses Spiel muss man einfach ins Herz schließen und das ist natürlich wie immer eine Geschmacksfrage. Also 10. Mai, dann wird es drei Kampagnen geben. Es gibt vier Fraktionen, jede Menge Einheiten, ein Map-Editor, Sandbox-Game und Koop-Hot-Seat-Partien. Also ich bin sehr gespannt. Also wenn man von Indie-Perle sprechen kann, dann trifft das auf jeden Fall auf Songs of Conquest zu. Natürlich muss man diese Art von Spiel mögen, und basiert langsam, ja, Retro-Charme, Pixel-Look, aber dann ein absoluter Tipp, wie ich finde. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zusehen. Ciao, der Argonaut. Zuhören, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuhören. Zuhören, danke fürs Zuhören. too ... Oh, ... ... Untertitelung des ZDF, 2020